Hey, willkommen zur 44. Folge von Dead or Alive 5. Wir trainieren weiter. Natürlich. Und mir ist auch eben auch gefallen, dass wir noch nicht speckig gemacht haben hier. Den Fetti der... Wahrscheinlich, weil ich da auch gefailt habe. Zuerst. Mach ich den jetzt nochmal mit Fail. Also. Vielleicht ja jetzt auch alle Fails mache. Kann ich es ja jetzt nochmal für euch. So, der Anfang ist natürlich wieder so einfach. Die ersten 10 kommen eigentlich... Fast automatisch. Vielleicht sogar noch die ersten 20. Keine Ahnung. Okay. 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 Also, das sind nur 93, aber die letzten haben ins Innensicht. Besonders die Würfe, da komm ich nicht so gut zurecht. Vielleicht ist der Zufall jetzt, dass ich es vielleicht schaffe, aber ich glaube nicht. Im Laufen. Okay, im Laufen weiß ich hier was das ist. Ähm... Jupp, haben wir schon mal gleich 30. Das wären jetzt nur noch 63. Einen Seitschritt. Natürlich. Kannste haben. Dann haben wir schon mal 40. Feuillal. 45 46 47 das wäre schon mal gut die hälfte 50 angebe wieder im laufen 60 nur noch 33 nur noch kann aber auch schon mal ein bisschen dauern so war das jetzt falsch okay wenn ein gegner hockt so jetzt schon wieder so scheiß drei teile warum hat er das jetzt nicht zu Ende gemacht okay den letzten hat er nicht gemacht bei mir warum auch immer ich habe doch jetzt jetzt endlich so das war falsch wieso war das falsch das war gut aber sowas hat er doch schon mal gemacht war doch das von eben oder nicht so 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 ja 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 was soll ich hier machen verdammt ja 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 Überspringen wir das mal kurz Ja hier geht's schon los Mit den scheiß Dingern Ah ok Eigentlich dachte ich schon, dass das das schwerste war, weil ich bei dem schon mal versagt Das war's derart ! ! ! ! ! ! ! ! ! Wo war da jetzt der Fehler? Habe ich nicht genau das gemacht? Alter, macht der Kloppi hier mal was? Gut. Na komm, schlag mich. Noch 20, Alter. Gegen mittleren Schlag. Gegen mittleren Tritt. Alter, wie komm ich mit dem jetzt... Okay, wie auch immer ich das jetzt gemacht habe? Ja. 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 Das ist richtig. Ich werde jetzt noch mal Nein Na ja, da Okay Das war's für heute. Ok, gegen Rücken des Gegners, los! Das wird wohl wahrscheinlich bei ihm dann an zwei Kombos hängen, ob ich nicht weiterkomme. Während der Verfolgung eines Gegners. Weißt du, wie eine Verfolgung ins Gegners geht? Pfff! Muss ich jetzt zu ihm hinrennen? Achso, ok. Gegen Rücken des Gegners. Wie auch immer das jetzt gemacht werden muss. Leider! Guck! 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 Okay, habe ich jetzt. Perfekt. Das war wohl falsch. Wie auch immer. Falsch. Okay, wie soll das funktionieren, bitte? Wie soll das auch sehen? Okay. Das fängt an zwei Kombos Verdammt Okay, jetzt hat er den hochgeworfen Ich probier's nochmal Das war nichts Nein, das war garantiert nichts Willkommen Warum hat er das jetzt nicht zu Ende gemacht? Angucken Mal sehen Hättet er den jetzt gleich gefangen oder was? Alter Nein Nein Was mach ich denn nur immer falsch? Was mach ich denn? Ich gehe es gleich auf. Okay, ich weiß nicht, ich gebe es auf. Letzter Versuch. Okay, habe nicht gefro... Weg, aus. Failed, tschüss, bis zum nächsten Mal mit einem wahrscheinlich besseren Charakter. Also, bis dann.